Es ist alles zu Ende, jedenfalls mit dem 99-Euro-PC und Michael Nickwest ist wieder da, Maik. Das war ja eine große Sache, wir haben halt viel Wirbel gemacht, in vielen Foren ist eine ganze Menge darüber gesprochen worden. Wie viele Teilnehmer hat es Ihnen gegeben? Ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass ich hier mit einer großen Masse an Leuten ankomme, die alle mit einem Rechner dastehen, der weniger als 100 Euro gekostet hat. Ja, der Wettbewerb hat am 18. Juli sonntags geändert, um Punkt 0 Uhr. Der Cornelius und ich waren verschaltet übers Netz, wir saßen da mit Spannung und wir dachten natürlich, die meisten werden in letzter Sekunde. Also bis dahin war noch gar keiner? Vorher war keiner, aber da waren wir noch nicht ruhig und dachten, die werden natürlich alle erst in letzter Sekunde auspacken wollen, was sie zusammengestellt haben, um sie vielleicht noch ein bisschen Spielraum zu behalten, um den Billigsten zusammenzukriegen, es passierte nichts. So gegen 23 Uhr dachten wir, komisch, was machen wir, wenn da keiner mitmacht, das gibt es doch nicht. Und exakt um 23 Uhr kam einer und der sagte, Leute, ich möchte meinen PC vorstellen, aber ich bin vermutlich nicht der Gewinner, weil da ist was schief gelaufen. Tatsächlich ist er aber der Gewinner geworden, weil er der Einzige ist, der mitgemacht hat. Also Tatsache ist, der 99-Euro-PC-Wettbewerb, er ist im Internet unglaublich diskutiert worden. Bei euch im Forum war viel los, bei uns wurden die Seitenabrufe, waren glaube ich Hunderttausende, die die Beiträge zu diesem Ding gelesen haben. Ich habe recherchiert im Internet, in anderen Foren wurden darüber diskutiert, manche wollten sogar im Team mitmachen. Am Ende war es einer, der mitgemacht hat. Es gibt viele Gründe dafür. Es gab natürlich auch Kritik. Lass uns vielleicht mal so der Reihenfolge nachgehen. Also einer hat mitgemacht, der ist der Gewinner. Der hat auch einen unter 100 Euro zusammenbekommen. Also wir haben nicht einen Gewinner, wir haben einen Mega-Gewinner. Wir gingen eigentlich davon aus, dass der Sieger-PC sich so in der 70-Euro-Ecke einpendeln wird. Also dass es da um jeden Cent geht, dass der eine Fall 71, 20 hat, 72, 1 oder sowas. Und der Gewinner, den wir haben, der Florian Kruhn, der hat es geschafft, einen kompletten nagelneuen PC für 57 Euro und 99 Cent zustande zu bekommen. Alles Neuteile? Komplette Neuteile, 57 Euro und 99 Cent. Die Rechnungen liegen uns vor. Vielleicht können wir mal einen Blick darauf werfen. Natürlich hat der Florian sämtliche Rechnungen gezeigt. Also ich habe das angeguckt. Die wurden innerhalb der zulässigen Zeitspanne eingekauft. Es wurde mit Euro bezahlt sozusagen. Die Rechnungen sind korrekt. Also es ist kein Fehler zu entdecken. Es ist ordentlich eingekauft Ware. Es ist keine Konkursware dabei. Keine Ware ohne Garantie. Also genau das, was wir als Neuware definiert haben, hat er zusammengelegt. Also der Florian Kruhn ist leider bei uns nicht im Studio. Er ist im Urlaub. Er ist in Schweden. Aber wir haben ihn am Telefon. Und ich möchte ihn mal begrüßen. Hallo Florian. Wir sind hier im Studio. Wo bist du? Ich bin in Schweden. In Schweden, mitten in der Natur, in der Wildnis. Hier habe ich zum Glück Handyempfang. Und kann heute mit euch reden. Bin so ungefähr zwischen Stockholm und Büttelburg in der Mitte. Mhm. Jetzt habe ich... Wo die ganzen Seen sind. Ja. Und die ganzen Mücken. Ich kenne die Gegend. Jetzt habe ich gehört, das war nicht so ganz einfach. Da war so ein bisschen Abenteuer dabei. Was ist dir passiert? Ja, nicht so einfach war es mit dem Mainboard. Also ich habe... Stockholm entdeckt bei einem Händler, der hatte so einen Restposten. Also der hatte nur noch eins übrig und hat gesagt, kostet nur 29,50. Das ist ein bisschen älteres Modell, ist aber neu und in Ordnung. Das ist verloren gegangen unterwegs. Ah ja. Das war irgendwie... Der hatte mir eine Paketverfolgungsnummer geschickt. Und da hat er es geguckt. Und da hieß es, ja, das dauert ein bisschen, bis das überhaupt drin ist bei DHL-System. Und dann war es weg. Ja, und dann? Was ist passiert? Dann war es weg. Genau. Und dann hat er gesagt, gut, das ist jetzt weg. Geld ziehe ich zurück. Und da habe ich gefragt, ob er nicht noch ein anderes hat in der Preisklasse. Also ich hätte gerne ein Mainboard und ein anderes. Und da hat er gesagt, eins, was ich mich schicken kann, das war dann eins von Gigabyte. Und das ist dann auch angekommen für den Preis 29,50. Hat auch funktioniert eine Woche lang. Ich habe dann mein System installiert auf dem USB-Stick, Ubuntu. Und nach einer Woche gab es dann Probleme mit der Kaffee-Karte. Florian, entschuldige mich, ich muss mal unterbrechen. Die Verbindung ist also doch ein bisschen schwierig hier. Dir erstmal schönen Dank. Du kannst ja gerne noch weiter mithören. Aber wir müssen das von unserer Seite ein bisschen erzählen, weil du teilweise gar nicht zu verschweden bist. Ja, verstehe. Mist. Also, das Zweite hast du dann bekommen. Und dann ist es aber irgendwann abgebrannt. Und dann hast du wieder auf Ersatz gewartet und so weiter. Die Rechnungen haben wir. Es ist alles richtig, alles korrekt. Dein Preis ist absolut super, den du hast. Du hast zu Recht gewonnen. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Mike, lass uns mal auf die Gründe kommen. Die Leute haben also gesagt, was soll ich 100 Euro ausgeben, um mir einen PC zu kaufen, den ich hinterher dann nicht verwenden kann für meine Zwecke, zum Spielen oder dies oder das. Also, ich möchte auf den Kritikpunkt natürlich konkret eingehen. Der erste Kritikpunkt war, dass wir beim Wettbewerb gesagt haben, die Versandkosten werden nicht berücksichtigt. Das kann natürlich zu absurden Konstellationen führen, dass du einen USB-Stick für einen Euro kriegst. Die Versandkosten sind 9,99. Und da man ja doch vier, fünf Komponenten bestellen muss, haben viele gesagt, da kommt ja so eine Kiste viel teurer. Da zahle ich ja dann 150 Euro, bis ich es zusammen habe. Dazu muss ich noch zu unserem Gewinner Florian Kruhn sagen, er hat es also geschafft, ich muss wirklich nachgucken, weil es ist unglaublich. Inklusive Versandkosten hat das Ding 76,88 Euro gekostet. Also, er hat sogar bei den Versandkosten ein unglaubliches Schnäppchen gemacht. Also, er hat damit bewiesen, auch mit Versandkosten kriegt man Rechner unter 100 Euro hin. Gut, was heißt das jetzt für uns? Was machen wir daraus? Also, Experiment. Es ist viel diskutiert worden. Einen Gewinner haben wir, den einen teilgenommen hat. Damit ist die Sache in die Hose gegangen, oder? Ich muss dazu sagen, es gab schwere Kritiker. Die haben gesagt, was will ich mit so einer Kiste anfangen? Was soll ich mir einen Rechner für unter 100 Euro basteln, mit dem ich dann doch nicht viel machen kann? Andere haben gesagt, so ein Quatsch mit so einem schwachen Rechner kriege ich alles hin, was ich brauche. Viele hatten kritisiert, dass das Risiko beim Wettbewerb darin bestand, dass man das Zeug ja erst mal kaufen musste. Und viele sagten, warum soll ich mir ein Gehäuse kaufen, wenn ich eh schon ein altes Gehäuse mit Netzteil rumliegen habe. Also, insofern sind wir alle Gewinner bei dem Wettbewerb, was sich auch am Ende in der Schlussdiskussion online herausgestellt hat, dass viele gesehen haben, man kann sich einen tollen Rechner für unter 100 Euro auch natürlich aus bereits vorhandenen Teilen zusammenstellen. Also, dennoch, unsere Sache war ein voller Erfolg. Wir denken uns was Neues aus. Wir werden dann entsprechend auch darüber berichten und werden dann schauen, was unsere neue Idee mit den Sachen, die wir jetzt daraus gelernt haben, dann bringt und wie sie bei Ihnen zu Hause ankommt. Maik, dir erst mal schönen Dank dafür. Vielen Dank.